Kohletablettenhund. Danach wird auch bei Google gesucht und das gilt als Erste-Hilfe-Maßnahme bei Vergiftungen. Was bewirken die Kohletabletten? Dazu gleich mehr. Kohletabletten haben die Eigenschaft, das Gift erstmal aufzunehmen, sodass es nicht weiter in den Kreislauf gelangt, dass also praktisch das Gift im Magen bleibt und da aufgenommen wird und nicht weiter jetzt über die Darmpassage dann letztendlich ins Blut gelangt. Aber das ist natürlich nur eine reine Erste-Hilfe-Maßnahme. Parallel sollten Sie direkt zu Ihrem Tierarzt oder in die nächste Tierklinik. Und idealerweise ist es natürlich, wenn Sie zu zweit sind, dann kann der eine fahren, der andere ruft auch in der Klinik oder beim Tierarzt an, stellt fest, ist die Tierarztpraxis überhaupt geöffnet beziehungsweise schildert auch schon mal, was vorgefallen ist. Und Sie sollten außerdem, wenn das möglich ist, auch eine Probe dabei haben von dem Gift oder eventuell noch etwas von der Packung. Dieser Hinweis, dass es keine alleinige Maßnahme darstellt, einfach nur weil es immer wieder entsprechende Suchanfragen bei Google gibt, sodass man entsprechende Rückschlüsse ziehen kann, sodass einfach der Hundebesitzer wohl der Meinung ist, er kann das selbst in den Griff bekommen. Und das ist einfach Tierquälerei. Denn ein Tierarzt, der verabreicht ja auch Schmerzmittel, falls jetzt so Schneckenkorn eingenommen wurde, dann kann das Mundhöhle, die Schleimhäute im Maul, es kann die Schleimhäute in der Speiseröhre und eben auch im Magen verätzen. Ihr Hund hat Schmerzen. Er braucht vielleicht auch etwas, was den Kreislauf stabilisiert. Also, wie gesagt, ich denke 99 Prozent der Hundebesitzern ist das wohl klar, aber leider eben nicht allen. Deswegen halt nochmal dieser Hinweis. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020